so leute jetzt geht es auch hier drum punkte zu finden die sieht man eigentlich relativ gut die punkte also die punktschweißpunkte haben wir hier oben die hier wie auch an den reparturblech hier unten da geht es nicht ganz runter müssen wir mal gucken ob er das nicht aus entrostet also das geht ja raus und das hier unten entrostet das müssen wir ab punkten weil das kommt wieder dran da müssen wir auch gerade denken und entrosten dann ja und dann haben wir hier noch diverse punkte ja es kommt jetzt der hammer zum einsatz und der hier da konnte ich nicht so gut die punkte ankören weil ich da eher bohren reingehauen habe aber ist der blech dick genug da können wir das machen dann läuft uns auch der schweißpunkt fräsbohrmoped nicht so schnell weg und macht man rein ja ich lasse das video jetzt im schnelldurchlauf einfach durchtütteln weil es wird ein bisschen länger dauern da ich die punkte suchen muss rausfuhren muss sonst noch eine stunde lang dabei sein wir machen jetzt mal schnell und wenn das dann raus ist ich zeige euch mal ein paar weitere sachen was ich Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, mir läuft der Bauer leider auch regelmäßig weg. Das wird ja eh alles hier oben lackiert, wie sonst. Das ist hier ganz cool. Das ist gar nicht mehr richtig fest. Das wird eigentlich hier ran geschweißt. Müssen wir nachher mal gucken. Und das sitzt auch an der Karosse und nicht an dem. Das kann eigentlich sitzen bleiben, bis auf das. Aber das ist eh nicht mehr hier dran fest. Also wenn wir das abmachen und da wieder dran. Ja, und hier haben die glaube ich auch irgendwas verschweißt. Na, direkt, ich war das wohl weggedrückt, weil ich weiß es nicht. Hier unten genauso. Alles sehr merkwürdig. Dann hören wir mal weiter. Irgendwann ist das Ding wohl nicht raus. Das wird aber jetzt ein bisschen mehr Arbeit. Weil wie gesagt, die haben da irgendwie was zusammengeschweißt. Nachdem sie da gerade geknüppelt haben. Und Schweißpunkte, die so riesen Knubbel sind, ist hiermit ein bisschen noch doofer. Also, boah, nachher kommen wir. Bis zum nächsten Mal. 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 eigentlich fertig mit dem rausnehmen. Hier ist noch eine kleine Stelle, da muss ich nochmal schon mit dem Stabschleifer runterschleifen. Ja, vielleicht war meine Methode nicht die Eiferste, sonst könnt ihr auch mal reinschreiben. Aber wir haben es raus, müssen die ganzen Kanten noch gerade gemacht werden. Mit Fächerscheibe klein gemacht werden, überschüssige Metallbeck, hier ist aber alles in den Kanten am Rosten. Heftig, da kommt aber weg, wenn wir Fächerscheibe werden. Wie gesagt, die beiden Bleche werde ich versuchen, also das hier, wie auch das hier, werde ich versuchen zu besorgen. Falls ich das kriege, dann wird es ein bisschen was dauern, ein bisschen kommen, denke ich mal. Dann machen wir Aztmanschette und Lenkgetriebe einfach. Wenn ich das nicht bekomme, muss ich das zumindest flicken und dann wieder alles zusammensetzen. Ich werde hiermit jetzt auch dieses Video beenden. Wir haben das, wie gesagt, das Teil so gut raus, wie raus, so ist es zu 90 Prozent raus. Im nächsten Video seht ihr dann, wie ich das schon mal sauber mache und behandle. Und dann, je nachdem, ob die Blechteile da sind, geht es weiter mit dem Blecherbein oder wie gesagt Aztmanschette und Lenkgetriebe. Wir sehen uns, bis nächste Woche. Bleiben, kommentieren, Glocke, ihr kennt es ja.